Recht herzlich willkommen zur Folge Nummer 65 von Dwarf Fortress mit dem Vorherbungsgrafikpack und dem Therapist. Da sind wir wieder drin in unserer kleinen Welt hier. Die laufen noch nicht. Dann müssen wir mal die Leertaste drücken, dann laufen die wieder. Genau so. Wunderbar. Und letztes Mal wollten wir irgendwie was machen. Und zwar hatten wir... Achso, Grabstätten waren wir unten, ne? Hier, da musste noch ausgehöhlt werden. Haben wir denn noch ein paar da? Gucken wir mal gerade, oder? Das große ist N oder ein kleines N? Kleines N. Okay, sind noch keine fertig. Das ist schade. Und achso, ne, das war in unserer Werkstatt. Wo ist die denn hier? Ist die Kuh? Ne, da unten waren die Werkstätten für Stein. Okay, werden repeated, ist klar. Und da war ja nichts. Dann hat sich da noch nichts dran geändert. Einmal hier hoch, ist hier eigentlich... No Building Nearby. Achso, deswegen, da ist gar kein... Hier ist ein Stone. Aha, das heißt, wir müssen da mal... Neun Dingens noch machen, ne? Es wie Stone. Und... Weiter geht nicht, okay. Stopp. Machen wir da auch noch einen hin und fertig. Okay, dann geht das wieder. Und die laufen auch, gut. Was macht der da unten? Gute Frage, ne? Der hat irgendwas genommen. Ah. Ich denke, ich weiß schon, der wird da irgendwas reinbringen, was da nicht rein gehört. Weil wir es... ...noch deklarieren neu müssen. Nö, keine Metal-Ores, ne? Forbit. Das ist die Frage, was in der anderen drin ist. Play will ich da nicht drin haben. Ich glaube, das machen wir da rein, oder? Wir werden es gleich sehen. Wenn wir weiter links reinschauen, wie hier die Settings sind. Achso, aha. Ne, ist doch alles reingekommen. Na dann. Lass mal laufen. Was ist aber das da unten? Gute Frage, ne? Kriege ich es so zu sehen? Ne, so kriege ich es gar nicht zu sehen. K. Marble. Kavernflor. Asballerit heißt das. Okay. Naja, dann bringt er das da oben hin. Das passt dann schon. Oder bringt er es nicht da oben hin? Gute Frage, ne? Ne, der ist da bergen gegangen. Okay, es wird hier tatsächlich... ...was geschmolzen. Okay. Hätte ich jetzt nicht mitgerechnet, aber... ...wunderbar. Ist hier denn ein Lager dafür? Woodstockpile und das ist ein anderer Stockpile. Wo wird das gelagert? Gute Frage, ne? Eigentlich sollte hier sowas sein, aber wofür Holz? Achso, für den Smelter. Äh, für... Wo... Wie heißt er hier? Burn Wood Furnace. Okay. Und dann das da rein. Und was liegt denn hier drin? Hm, da müssen wir noch ein anderes Lager dafür noch haben. Gut, da müssen wir dann halt... ...in unsere Lagerebene mal gehen... ...und gucken, dass wir es da irgendwo hinkriegen, ne? Und die Frage, ob wir da ein Lager haben, dass das dafür schon ausgelegt ist. Irgendwas habe ich falsch geklickt. ...Kuh will ich haben. Hier oben sind... ...Furniture. Furniture, Furniture. Oh, wir haben reichlich Türen, die müssen wir mal einbauen, ne? ...Furniture, Stoppile. Finished Goods. Da überall Armor. Armor. Können wir mal so Shift-Tasten mäßig vorgehen, ne? Finished Goods. Hier oben war noch Lager nicht benutzt. Hier, wo ist jetzt der Cursor da? Äh, finished Goods. Finished Goods. Close. Finished Goods. Okay, das heißt, hier oben ist noch nix. Escape. Dann machen wir hier mal ein Lager hin. Und zwar würde ich dieses dann nehmen. Und zwar... Hmm. B wahrscheinlich. Bars und Blocks, ne? ...Fertig. Escape. Und... Q... ...S. Das nicht. Das nicht. Das auch nicht. Glas. Nee, das auch nicht. Also das und das. Gut. Das ist die Frage, ob da auch was reinkommt. Oder schon was reinkommt. Wohl nicht. Ich denke, wir haben noch nicht so viel geschmolzen. Aber kann ja noch kommen, ne? Ja, dann wollen wir mal zusehen, dass wir Türen einbauen, oder? Das ist die Frage, wenn wir mal zusehen. Das ist die Frage, ob wir hier unten überall schon welche haben. Das ist die Frage, ob wir unten überall schon welche haben. Wir haben noch da oben, da muss auch noch eine hin. So, die Türen sind alle drin. Da links fehlen auch noch welche, sehe ich gerade. So, da rechts haben wir die Türen reingebaut, hier links haben wir so wenig reingemacht, ne? Da haben wir Shit gebaut. Na egal, passt schon. Müssen wir mal gerade in anderem Gefilden gucken. Jetzt haben wir hier Türen. Da haben wir hier noch zu machen, oder was? Ah, das war falsch. Aber okay, kriegen wir auch noch hin. Und da links auch noch eine. Haben wir überall welche? Okay, ich glaube, da haben wir schon überall welche. Da unten ist noch eine zu bauen, da müsste auch eine hin, okay. Dann ist da auch erst gut. Hm, da haben wir alles offen, leider. Da liegt steht noch ein Koffer mitten am Flur. Und da fehlt auch noch einer. Sieben Stück haben wir noch. Sieben Stück haben wir noch. Aber nur im oberen Flügel, aber nur im oberen Flügel, dann haben wir nämlich da unten noch einen Flügel. Einer haben wir nur noch. Okay, ist erledigt. So, was machen wir jetzt weiter? Da läuft's noch. Was denn da? Sind da die Leute im Käfig? Da müssten wir die mal abtransportieren, ne? Dann sollten wir mal gucken, dass wir irgendwo so ein Käfig-Lager machen, ne? Hier ist das Lager. Da oben haben wir ja auch noch eins. Und da ist irgendwas falsch gelaufen. P. Läuft das noch der Finish? Gut, ich glaube schon, ne? Wie viel ist Woodbars Laser Coins? Ich denke mal, ja, machen wir erst mal den und dann gucken wir weiter. Was können wir da einstellen? Da habe ich den falschen Knopf gedrückt, natürlich. Gut. Und dann das S erst. Type. Qualität nach Stein wollen wir nicht, sondern wir wollen hier gucken, dass wir hier alles machen. Oder auch nicht? Ne, da ist nix bei. Das heißt also, dass es... Irgendwie der Falsche, ne? Wo würde ich denn sowas suchen können? Das heißt... Disable. Vielleicht hierbei? Wo finde ich denn Käfige dann? Hm. Aber vielleicht läuft es unter Furniture. Könnte natürlich auch sein. Enable. Enable. Coffin, Statter, Stab, Screens, Milchlands. Kamen, Armel, Bucket. Cages. Wo haben wir die? Sind wir schon durch, oder? Da war es auch nicht bei. Hm. Super Sache. Super Sache. Da sind alles Hölzer drinne. Da ist kein Käfig bei. Ist da bei, aber... Coins, Amo, Cages. Wo konnte das sein? Cages. Ich finde keine Cages. Ah, da sind sie doch. Okay, das heißt... B, Forbid All und dann den Einzelnen wieder erlauben. Und das läuft unter... Doch, Furniture. Habe ich das letztens überschlagen, oder war das wie... Nee. Wo war das denn jetzt? Hä? Was ist das hier? Da ist es tatsächlich. Und der Refuse. Okay. Dann müsste das ja jetzt geklappt haben. Mal gucken, ob da auch was hingebracht wird. Das ist die nächste Sache. Nur die Frage, ob überhaupt einer einen Job da in der Herrichtung hat. Die essen, die trinken. Finished goods. Good reviews. Die bringen alles ins Hospital. Da werden die Türen gemacht. Farmplots. Melter. Oh, da muss aber viel gepflanzt werden, ne? Und... Caged Trap. Da steht was von Caged Trap. Load Caged Trap. Load Caged Trap. Okay, aber... Wegbringen tut da keiner was. Okay, ist halt erstmal so. Müssen wir beobachten. Und dann schauen, ob da eine Cage... Ein Cage da hingebracht wird. Zurzeit halt nicht. Gut, okay. Aber ich würde mal sagen, für die Folge soll es dann auch wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss. 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 Vielen Dank.